was die G-Mail durch ein Scheißbild Asterkirch Zoller Geld ja ich war geflasht natürlich und ist Prozent was möglich ja ich hätte noch was ihnen ist die Maschinenraum und alle grünen Pico und du dort mit mir holt in der Verordnung alles amal und außerhalb der jahr jahre ja ja ich habe wenn man auch dringend ich habe Geld bei mir und er hat er ging es auch aber es war das hat doch was nein es ist wichtig ich will nicht und er wird wenn ich aber kann man noch aber sie müssen Medien gut Prozent doch und will die Zettel ja und sie macht von hinten alles gut 2.8 und die Leute da kann man von hinten ich habe da was tun er wird das hat auch was ich gesehen die 8 sauber er hat auch so eine Rolle er hat er hat vor Ort er ist auch nicht mehr aufgucken aber irgendwie will ich auch nicht kommen das Thema aber ich habe gesehen wollen er war schnell weg Prozent er hat dort ich bin die die 3 dann aber so gut das war gemein den Sniper hol ich mir zur Not noch eine mit der AK was machen sie A, B? B? Nee, die sind A dann hast du B 2 A 2 B 2 A Keiner, du bist echt schlecht Ja, ich hätte ja kuscheln können Pass aufpassen, da kommt einer Ach nee, der ist im U Ach nee, doch nicht, gut der könnte jetzt zu dir kommen Holy Warte mal Geh mal durch die Mitte und einer B Jo, hol dir den mal Ja, ja Komm, TB, lass mich TB Mache gar nicht Ah! Nein, nein, nicht nachladen, nein! Uhhh Wo war der? Na, deren Spawn Ok, der geht jetzt so A Was machst du da, Yannick? Yannick würde ich essen Achso Scheiße Nein, der ist mehr zu B gegangen eigentlich Er ist aber bei A, ich hab ihn noch grad gesehen Oh So drin? Ja, da ist er Ja, da ist er Boah, schlecht geschossen Junge Ein HP Ein HP Ein HP Schlecht geschossen Junge Ich würd's ihn sogar messern können, der spielt nicht aus Sound Junge LOL Null Null, was?! Warum ist Scheiße? B A Nee, mitte A Ich sag A A Leck Leck Oah Mitte Mitte A Mh 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 Bombe Mh Ja, so sah das bei mir auch aus Ziemlich schnell tot Ja, ja, ne, dann... Na, mach mal. Geh ziemlich... eigentlich, ne? Oh, die Bombe. Er kommt, von links. Der andere hatte ich auch gesehen. Na, auch mal. Voll auf den gescopet, Alter, ich hab's voll gesehen. Ja. Ich... Guck dir, er ist von drin. Ah, hallo, ja. Ja. Geschenkter Punkt. Ja. Alle A. Ja. Ihr Bärtschö. Echt drüben. Ihr Bärtschö. Ah. Viel lieber weg, hier. Loll! Danke. Kein Ding. Jetzt guck ich nochmal. Ja. Los, los, Pasi. Wieso gehst du mal rein? Das ist doch scheiße. Wie, ja, bin ich vor mir. Oder grad in den Messern. Nein! Ach, sorry. Hätt's was gesagt. Pasi hat eh schon genug, also. Hey. Na gut, sechs, dreine. B. B übers U. Alles klar. B. B übers B. Aha. Einer engstrei Maschinen rum mitnehmen und zu back rieben bei B. Ne, zu doof. Doch. Einer war da auf jeden Fall. Einer war da auf jeden Fall. 0-3. Lass dir auf Granade. Loll. Hat überlebt. E-Pasi. Los, Klanter! Gitario Granato! Fakt. Pasi Scheiße. Ey, Ume, ich war gerade da und tot. Ich hab gerade fertig gepläntet. Ich hab gerade fertig gepläntet. Die Bombe wurde gerade weggelegt tot. Ach, du bist gestorst. Oh, ich dachte, du ist überlebt. Na, ich hab' ich jetzt wirklich gedacht. So, ich hab' ich gedacht, dass ich scheiße geschossen hätte. Aber noch mal pegel. Ne, ich dachte, du wär' mir an das Ding gerannt, weil die so fehlgekommen sind. Einer ist Müller. Einmal macht immer. Aber Janik hat aber was die Co-Kontrollraum. Auf jeden. 2, los hoch. Rein, 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 Mensch. Also hier. Uh, Nate. Okay, doch nicht. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht. Nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Zuck. Nate kill. Nice. Okay, rein. Na, Bollu will gegen die Schmitte. Jawohl. Bollu ist tot. Lass mich planten. Bitte. 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 Jo, Mann. Flo, machen wir das nicht? Alter, du Arsch. Ich hab' mich geschossen. Oh, dann kann er wieder zurück. Kurz. Im Ernst? Am Arsch. Dann hol dir Bomben-Skill. Am Arsch. Am Arsch. Aber wie kriegst du das hier, Pasi, warte? Nein. Nein, nein, nein. Wo, wo, wo? Aha. Oh, wie oft habe ich das schon versch... B? Ja, ganz super schief. Das schreit nach Team-Belch, Jungs. Nice. Ey, Pasi, geh weg. Das ist meiner. Da kommt die Kanale, warst die. Weil die war aufm Flo, oder? Ah, ah, Schusspack, Schusspack. Der B ist nur 10.02. Was warst du mit deinem Team-Belch, ne? Ja, halber Team-Belch geht auch noch. Verdammt. Halber Team-Belch, sagst du? Naja. Ja, jaaa, 25%iger, okay? Na, ah. Ach ach ach. Warte,여�arte. Sie seidn 100%iger. Finanzier identified, Team-Belch geht auch. Nee, wie immer Team-Belch. Weide. Finis-Mittel-Rash. gar nicht so langweilig zwei mitte ich komme ich habe getroffen hat geflasht ich gehe von hinten daneben gereicht der war geflasht ich habe dann ja da war der recht hat daneben genau einer ist noch bei hau hol ich mir jetzt so mehr hoch aber da war die belche ich habe den anderen ja mann geil der der hat gekämpft in einer kiste der war geflasht ich habe daneben geneift ja fast hätte ich ihn geneift boah 3b mache ich ja da was die war was träumst nachts passi nein da waren alle vierte waren alle 4b junge ja was machst du da jetzt er hat über das u gegangen warum willst du da die ganze drogen jahre es war sogar und er hat sich über so gegangen und schulde hoch jahre ich weiß dass man sich die alle holen ja richtig jannik hat schon recht so ich habe jetzt 75 prozent team welchen du ich habe ein viertel ja die m und dann aus dem angeschrieben hat das schon einer von nicht geballert so ja das war ich läuft der dumm selbstmord anzelt das ist nicht das erste mal oh wie wir hier die nades reinscheißen aber sie lassen wir den kill ok er warst du nein ich will ihn noch schäden junge duuut voll uhr wie der hester bohr bitte und die gar nicht zu den denn auch kacken hat konnte ich auch ohr mann blau der meinte und schild oder sie was machte du musst ab mit abbleiben an sie willst mich eigentlich ficken nur alle eigentlich so schlechter also die laufen hintereinander wie schlecht sind die bei ich habe auch so bei fluten die hintereinander gelaufen ich hätte eigentlich beide aber ich glaube nur so schlecht sein ehrlich diesen wird nur ich guck mal hier hat eine 0 10 13 1 9 der einzige ist der beste 0 10 13 0 10 13 vorwählen den bolus 1 zu der wird kann okay und der kann und der kann immer jetzt was da kann doch nicht mal was ah ja gut maschina oh holy hast recht passiv alter scheiße so achst du bist auch schon da ja ich würde das scheiße von hinten was hüppelst du da die ganze Zeit so rum Junge ich mach deinen Style das ist mein das ist mein Fight-Style komm ja Nicole den und er ist am Leben hol dir meine Waffe also richtig hast du mein Skill hat ja auch viel gebracht bei Volu warte mal 13-3 ey Nippel er ist unten siehst du hat er mein Skill da geht's du hast ihn nochmals besiegt der ist 100% unter der Kiste nein wenn der schon noch tot dann auch nicht wo ist der ich weiß nicht was nächstes ist ey chill die kuscheln danach ja jetzt hast du mein Skill oh super dein Skill oh anscheinend ist das Skill ja nicht so gut ne Janik wehe nein vollasses Skill ey ja das ist nicht mein Ziel also müssen wir jetzt angreifen oder abwehren ja der Bull du meine Waffe aufgenommen das ist minus angreifen ok äh 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 hier Basecamp was ja komm gegen die kann das noch mal machen wir können die auch trollen komm mal russchen Basecamp müssen wir gegen alle durch die Mänen ja komm mach mal mitte alle mitte voll bis hinten vorwärts ach ne ich hol mir mal Schäden drauf und die Pistel und die Pistel spinnst du ok meine Devs Arsch ach ne ich hol mir die bei A macht ihr die mal von hinten gut gut nice immer der Huren so lol fall sich gleich direkt einer knall denn der ist äh bitte mir nein nein alter Janik du kannst nichts Janik du kannst gar nichts du kannst überhaupt nichts Junge du bist schlecht hat nichts der kommt von hinten übrigens oh Gott nein doch nicht der ist bei BG blieb wo meine Mama snipet besser als du immer die ich hab schon wieder das team nach oh lag lag die waffe weil er nix kann scheiß jetzt hat er NO-Skill Waffe Die Skill Waffe hat auch nix geworfen Pass auf pass auf wie er jetzt wie wieder drauf geht gönnt euchs Jetzt Junge du musst die Bombe holen der Boltu kämpft da bei der Lens auch ja ne der kämpft da wo du wo der immer gekämpft hat jetzt und halt links 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 derweil in der Silo und Tunnel da nicht verkacken Yannick oh ja angehen am geht auch mal tot sauber ah